Liebe Zuschauer, heute zum Freitag haben wir wieder die aktuellen Corona-Entwicklungen für Sie. Herr Berger, schön, dass Sie wieder da sind. Wir sind aus unserem Rhythmus ein wenig durcheinander gekommen, was aber damit zu tun hat, dass es jetzt einige Lockerungen gibt und wir da in der letzten Woche gar nichts Neues zu erzählen hatten. Jetzt geht das Leben langsam wieder weiter. Was gibt es da zu berichten? Also wir sind jetzt aus meiner Sicht in der gefährlichen Phase, dass jetzt zunehmend die Verwaltung und die Bürokratie hier versucht, diese Katastrophe so ein bisschen zu steuern. Also wir werden jetzt überschüttet mittlerweile mit Informationen und es wird zunehmend schwierig, den Leuten eigentlich auch die Sinnhaftigkeit dieser vielen, vielen Regeln zu erklären. Ich greife mal einige rauf. Ich habe mal versucht, ein paar Dinge mitzunehmen, die interessant sein könnten. Bekanntermaßen ist es jetzt so, dass eben ab dem 15., also ab heute, ja wieder diese Gaststätten, Hotels, Geschäfte unabhängig von der Fläche, Kino sowieso, Tanzschulen, Fitnessstudios, Sportstätten ohne Publikum, Freibäder, wichtig, wieder öffnen können, Fahrschulen. Aber ich kann bloß darum bitten, lest euch das selber durch, diese ganzen Richtlinien, das ist alles nicht so einfach. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an. Ich kann das im Einzelnen jetzt gar nicht so darstellen. Ab dem 18., das ist ganz, ganz wichtig, eben dann, kann man sagen, wieder fast Normalbetrieb in den Kindergärten. Also wir gehen davon aus, dass so ziemlich alle Kinder wieder kommen werden. Für uns ist es nicht ganz einfach, weil wir doch aus Infektionsschutzgründen die Gruppen eben anders fügen müssen. Die dürfen sich nicht treffen, die müssen klar konfiguriert sein. Das ist nicht ganz einfach, hat auch einen riesen Personalaufwand für uns, zieht das nach sich. Insofern bin ich um Verständnis. Eine Sache, die aus meiner Sicht jetzt sehr unglücklich gelöst ist, es gibt wohl die Vorstellung seitens des Ministeriums, dass die Eltern beim Bringen des Kindes früh ein Formular ausfüllen sollen, unterschreiben sollen. Da steht drin, mein Kind hat keine Symptome, ist sowieso Corona-frei. Wir, mein Kind, hatten keinen Kontakt zu positiv getesteten Personen. Und in manchen Einrichtungen wird es wohl so weit getrieben, dass die Eltern, wenn sie dann das Kind abends holen, das wieder unterschreiben müssen. Also im schlimmsten Falle sind ja zwei Unterschriften am Tag notwendig. Ich halte das für völlig übertrieben. Und wir sind auch gerade dabei, wir belegen gerade, ob wir das unseren Leuten hier nicht ersparen, dass wir so eine allgemeine Belehrung machen, darauf hinweisen, dass im Prinzip die Eltern bitte prüfen sollen, früh natürlich Symptomfreiheit, natürlich, wenn Kontakt ist zu positiv getesteten Personen, uns das sofort mitteilen. So diese üblichen Dinge, das würden die dann einmal unterschreiben. Aber wir sind da gerade zu einer Prüfung, wir wollen das ein bisschen entzerren. Das Ganze leidet sowieso an dem formalen Fehler. Was ist denn mit den ganzen Kindern, der Krankenschwestern und den Ärzten, die berufsbedingt sowieso zu positiv getesteten Personen Kontakt haben? Theoretisch, die dürften das gar nicht unterschreiben. Und damit dürften sie ihre Kinder nicht in den Kindergarten geben. Und damit sind jetzt eigentlich nach der Lesart, werden ab sofort alle Ärzte und Krankenschwestern wieder aus dem Rennen. Das kann natürlich auch nicht sein. Das ist, wo jetzt wieder alles überarbeitet wurde. Also es wird formalistisch immer komplizierter. Deswegen die Bitte wäre an alle Eltern, bringt eure Kinder in die Einrichtung. Wir werden die Formulare dann so gestalten, dass es einigermaßen handelbar ist. Es wird ein paar Veränderungen geben. Aber ich denke, im Kindergartenbereich, Krippenbereich, das kriegen wir ganz gut hin. Schulbereich ist es ja so, dass eben jetzt gestaffelt die Kinder dann eben eingeladen werden. Das macht im Prinzip auch jede Schule für sich. Das hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, wie der Direktor, die Direktorin damit umgeht. Ich denke, im Grundschulbereich, das läuft so weit ganz gut. Oberschulen denke ich auch. Gymnasium denke ich, ist es soweit auch im Laufen. Dort ist es so, dass im Prinzip die elften Klassen, die haben jetzt jeden Tag fast Unterricht, vier, fünf, sechs Stunden. Die anderen, die werden teilweise jetzt quasi in A- und B-Klassen aufgeteilt, glaube ich. Und die kommen dann im Prinzip einmal pro Woche rein, immer im Wechsel. Das ist aus meiner Sicht noch nicht ausreichend. Aber wichtig ist ja, den Kindern jetzt eine Struktur zu geben, dass sie das Gefühl haben, es geht irgendwie weiter. Zum Thema Schulen haben wir einige Nachfragen erhalten. Zum Beispiel auf dem Hof, wo Abstand vorhanden ist, oder auf der Toilette muss Mundschutz getragen werden, im Zimmer nicht. Wie kann das sein? Das legt jeder Direktor, jeder Lehrer aus meiner Sicht für sich fest, diese ganzen Regeln. Da gibt es viele Dinge, die keinen Sinn machen. Ich nehme gleich mal eine oft gestellte Frage heraus. Zum Beispiel, ich kann jetzt quasi in die Gaststätte gehen, mit meinen Verwandten wahrscheinlich dort essen und feiern, aber ich darf keine private Schulanfangsfeier machen. Das sind auch so Dinge. Ich kann das auch nicht erklären, warum das so ist. Aus meiner Sicht gilt eben, das hatte ich schon oft gesagt, der gesunde Menschenverstand, gewisse Distanz, hygienische Regeln einhalten. Ich kann viele Dinge, die uns hier auferlegt wurden, sind auch nicht erklären. Es gibt noch weitere Nachfragen. Die Eltern sind da durchaus sehr besorgt. Seit einigen Wochen können die Schüler in Schulen ohne die tägliche Bescheinigung gehen. Jetzt ist es aber trotzdem notwendig. Was ist denn, wenn das Kind einen gebrochenen Arm hat? Und wo bleibt da der Datenschutz, wenn die Krankheit erklärt werden muss? Und was ist denn, wenn die Unterschrift auch mal vergessen wird? Wer trägt da die Verantwortung? Auch das ist so eine Grauzone. Ich denke, wirken nur nicht geleistete Unterschrift, wenn es da keine Indizien gibt, dass die bewusst verweigert wird. Daran wird es sicher nicht scheitern. Ansonsten, Datenschutz, ich kann jetzt die Situation konkret nicht beurteilen. Ich appelliere bloß an alle, wir sollten jetzt diese ganzen gesetzlichen Dinge auch nicht sinnlos ausreizen. Also wenn wir jetzt noch formalistisch werden, als die, die die ganze Sache managen müssen, dann wird das Leben mit Sicherheit nicht einfacher. Familienfeiern haben Sie schon angesprochen. Was war da nochmal der aktuelle Stand? Eben, das ist nach wie vor, das sind ja die ganz oft gestellten Fragen. Kinder, diese Schulanfangsfeiern, Jugendweihen, dazu gibt es bis jetzt noch keine Regelung. Und das ist natürlich ein bisschen Widerspruch zu dem, was jetzt in den anderen Bereichen an Öffnungen wieder stattfindet. Und ich gehe aber davon aus, dass wird in den nächsten Tagen entsprechend erkannt in Dresden und auch an uns weitergeleitet. Es gibt viele, die sich nicht mehr so ganz einverstanden sehen mit den ganzen Corona-Regelungen. Es gibt auch in Grimma einige Demonstrationen. Was können Sie dazu sagen? Wir beobachten, dass ja alle das ganze Geschehen, es ist übrigens so, dass jetzt eigentlich die ersten Lockerungen fast zwei Wochen her sind. Also es wird sicher sehr spannend, wie die Zahlen sich entwickeln werden, jetzt am kommenden Wochenende. Und der Reproduktionsfaktor liegt momentan bei 0,8. Also das wäre eigentlich eher ein Indiz dafür, die Sache läuft ganz gut, damit könnte man es sicher leben und weitere Öffnungen anstreben. Aber es gibt eben zunehmend sicher auch Resultieren daraus, dass eben dieses Wirrwarr entsteht an Regelungen jetzt bei den Leuten eine Unzufriedenheit. Einerseits, weil die sagen, ich denke, die veralbern uns wieder um. Oder dass man sagt, das ist ein Wirrwarrer hier, ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier gut geführt werden. Ich denke, das ist meine persönliche Meinung, wir sollten die Sache schon ernst nehmen. Und ich denke, wir haben es in Deutschland in der Summe so schlecht nicht gemacht. Aber, persönliche Meinung von mir, was mich ärgert, ist, dass die Politik jetzt auch wieder so, die ist alles so wegwischt, wie das sind alles Spinner, das sind alles Bekloppte. Und auch diese Äußerung, ich glaube, der Bundespressin hat gestern gesagt, Maske ist besser als ein Aluhut. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich meinen soll. Dieser Fehler, der ist schon mal gemacht worden, damals bei der Migrationskrise oder bei anderen Dingen. Ängste sind was Subjektives. Und die sollte man ernst nehmen. Und wenn eben nicht die Mehrheit, aber einige durchaus sich Gedanken machen und das so empfinden, wie es zum Ausdruck bringt, dann muss damit umgegangen werden. Und wir sollten die Fehler der Politik der letzten Jahre nicht wiederholen, sagen, alle, die nicht unserer Meinung sind, die sind blöd, das sind Querulanten, das sind Idioten, das sind extreme Linke oder Rechte. So funktioniert die Welt nicht. Und wir sollten das nicht unterschätzen. In Grimma ist jetzt mehrfach abends, gab es teilweise sogar zwei, drei Rundgänge. Genau genommen müssten es ja Versammlungen sein, man müsste es anmelden, aber ich denke, das wird auch nicht so drastisch gesehen, auch vom Landratsamt, die hier zuständig wären. Es gab auch ein großes Schild, da stand was drauf hier, wir treffen uns, wir haben das auch stehen lassen, ich sage das ganz bewusst, wir haben das stehen lassen, warum soll man das denn wegräumen? Wenn das den Leuten wichtig ist, dann soll es doch dort stehen, das ist auch eine Meinungsäußerung. Und dann hat man, ich glaube 18.30 Uhr gab es einen Spaziergang von 15 oder 20 Personen. Es gab 19 Uhr, 10, 15 Leute, die sind in ihrer Runde gelaufen und dann gab es nochmal ein Konzert. Interessant dabei war, dass wohl mehrfach eben dieses Lied gesungen wurde, die Gedanken sind frei. Und das ist schon eine politische Botschaft. Die Geschichte des Liedes kennen wir alle aus dem Mittelalter kommend, wurde das immer wieder strapaziert oder genutzt in Phasen der Diktatur. Ob das bei den Nazis war oder auch zu DDR-Zeiten, die Symbolik dieses Liedes, wenn ich das singe, ist ja eigentlich, du kannst nicht zwar körperlich sprechen, aber nicht gedanklich. Die Gedanken sind frei. Und wenn das dann gesungen wird, ist das schon eine politische Botschaft. Also auch in Grimma gibt es eben welche, die sagen, okay, ich sehe das ganz anders. Ich persönlich bin kein Anhänger dieser Verschwörungstheorie mit Gates und wir werden jetzt alle hier zwangsgeimpft und geschippt. Das halte ich für völlig einen Schwachsinn. Ich denke, wir sollten im Interesse einer Versachlichung und einer optimalen Krisenbewältigung, die ich durchaus sehe, hier versuchen, vernünftig, sachlich miteinander umzugehen. Aber wir müssen es lernen, die Politik, vor allen Dingen die da oben, die Leute ernst zu nehmen in ihren Ängsten. Ängste sind subjektiv und wenn ich es anders sehe, ist es mein gutes Recht auf beiden Seiten. Trotzdem sollten wir miteinander reden und ich sage, ihr habt keinen Plan. Der Bund gibt einige Vorgaben, jetzt entscheidet aber jeder Landkreis selbst. Bringt das die Lage nicht noch mehr durcheinander? Nein, ich denke, das macht durchaus Sinn. Und zwar ist es ja so, dass man jetzt gesagt hat, in Anerkenntnis dessen, dass die Landesfürsten alle machen, was sie wollen, hat dann die Bundeskanzlerin ja durchgesetzt, dass im Prinzip auf sieben Tage gerechnet nicht mehr als 50 Neuinfektionen sein dürfen. Und es gibt ja extreme regionale Unterschiede. Selbst in Sachsen gibt es ja eben die Landkreise, da schießt das nach oben und bei uns ist es ja fast, wir waren glaube ich der Landkreis mit den zwei wenigsten Infektionen von vornherein. Und bei uns liegt der Faktor glaube ich bei 0,4, 0,6. Also nichts. Und da sollte man froh sein, dass die Zahlen so gekommen sind. Uns nützen sie und wir sollten unseren Beitrag leisten durch entsprechende Verhaltensweisen, dass es eben hier dabei bleibt und dann können wir, denke ich, die nächsten Wochen hier relativ entspannt erleben. Die Kontaktbeschränkungen bleiben aber trotzdem noch eine Weile bestehen. Die Beschränkungen bleiben natürlich bestehen. Vielleicht auch nochmal für alle zu den Zahlen, die da im Internet immer stehen. Tagtäglich kommt ja eine neue Information, Landkreis. Und die sind kumulativ. Wenn man da länger drüber nachdenkt, dann erschließt sich das einem. Ich habe ja extra nochmal nachgefragt. In Grimma steht ja jetzt seit vier Wochen drin neun positive und lange Zeit waren es sechs in Quarantäne. Das sind die Zahlen über die letzten Wochen fast Monate. Das heißt, genau genommen sind die wahrscheinlich die ganzen Positiven alle längst genesen. und die in Quarantäne, die dort waren, die sind wahrscheinlich auch nicht mehr in Quarantäne. Genau genommen müsste in Grimma jetzt stehen null, null. Warum das so ist? Keine Ahnung. Ich halte es eigentlich für wenige aussagekräftig. Das Leben geht jetzt wieder weiter. Morgen zum Beispiel findet der frische Markt statt. Wie hat der sich angepasst an die Situation? Genau, also übrigens da bin ich halb froh. Das soll eigentlich ein Symbol sein. Das Leben geht weiter und so sollte es auch angenommen werden. Ich würde mich freuen, wenn viele kommen, aber es gelten wieder die einen mit der 50. Wenn er einen Mundschutz hat, setzt den auf. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt und wichtig ist, dass das Leben jetzt relativ schnell wieder mal normale Bahnen hier einnimmt und da soll der frische Markt im Beitrag dazu sein. Also wir sind wirklich dran. Wir wollen jetzt so schnell wie möglich eigentlich weiterkommen. Wir überlegen auch mit der Schwimmhalle zum Beispiel. Hoffen wir auf ein Signal und wir überlegen jetzt, ob wir die Schwimmhalle nicht diese üblichen Schließzeiten von sechs Wochen, die technisch bedingt sind, die strafen wir jetzt ein bisschen. Wir wollen eigentlich, dass die Schwimmhalle dann zur Verfügung steht. Also wenn es dann wieder losgeht, dass alle trainieren können und dass die Leute die Schwimmhalle nutzen können, zuzügig zum Freibad. Auch das prüfen wir. Also wir wollen schon versuchen, das Leben ein bisschen nachzuholen, was uns hier entgangen ist. Zum Frische Markt nochmal. Der findet nicht wie gewohnt in der Klosterkirche statt, sondern auf dem Grimmer Markt. Damit haben wir alle Themen für heute abgehakt. Den Rhythmus der zweimal wöchentlichen Entwicklung heben wir jetzt auf und schauen immer aktuell, was es so zu berichten gibt. Also vermutlich vielleicht in der nächsten Woche nochmal, wenn nicht, dann nach Himmelfahrt. Und ja, damit verabschieden wir uns für heute und wünschen ein schönes Wochenende. Genau, und ich kann bloß anbieten, wenn Fragen sind, Grimmer, wir sind noch klein genug, dass wir das individuell machen können, wenn Fragen sind, rufen Sie mich an, kommen Sie vorbei. Zurzeit ist bei uns wirklich, also hat es abgenommen mit den Fragen. Die Leute scheinen jetzt doch wieder so optimistisch nach vorne zu schauen, aber ich spiele es ausdrücklich an. Wir haben auch wieder offen, also wir haben ja die ganze Zeit offen gehabt, hatten das ein bisschen reglementiert, aber wir fahren jetzt langsam das auch wieder hoch, so je nachdem, wie die Situation das zulässt. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in acht Wochen dann doch wieder ein einigermaßen normales Leben haben werden. Und bleiben Sie gesund, schönes Wochenende. Wir sehen uns.